Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher im Herzen Fitness Store in Karlsrunderlach. Ich habe heute wieder ein Präparat zur Vorstellung. Es dreht sich auch wieder um das Kreatin. Das Kreatin, das ist das Hightech Kreatin der Firma Peak. Und das Hightech Kreatin der Firma Peak ist einmal Kreatin Monohydrat mit Transportsystem. Okay, Transportsystem in der Form, dass ihr dadurch eben die Möglichkeit habt, wesentlich größere Mengen an Kreatin in die Muskelzelle zu bekommen. Durch insulgene Faktoren. Ganz wichtig, es nutzt mir nichts, wenn ich Kreatin zuführe und es fehlt mir komplett das Transportsystem. Das heißt, es kommt ein großer Anteil des Kreatins nicht an. Das bedeutet wiederum, dass ich natürlich etwas größere Mengen zuführen muss, um eine minimal- bzw. auch dann erforderliche maximale Mengen in der Zelle zu erhalten. Hohe Kreatin Monohydrat zuführen führen dazu, dass natürlich ein großer Anteil des Kreatins zu Kreatinin umgewandelt wird. Und das natürlich nicht unbedingt gesund und auch nicht von Vorteil, was Muskelaufbau anbetrifft. Also auch hier Kreatin, Hightech Kreatin der Firma Peak. Eine optimale Kombination zwischen Kreatin Monohydrat und einem entsprechenden Transportsystem. Eignet sich perfekt in Zyklen von 4 bis 6 Wochen ein On-Zyklus und 6 bis 8 Wochen ein Off-Zyklus. So 5000 Milligramm Durchschnittswert pro Tag ist maximal zu empfehlen. Ist auch wieder von Person zu Person ein Stück weit unterschiedlich, je nachdem, welche körperliche Belastung ich pro Tag habe. Und vor allem natürlich, welche Muskelsubstanz ich von Grund her mitbringe. Klar braucht natürlich ein Athlet mit 110 Kilo Muskelmasse, 150 Kilo Muskelmasse natürlich wesentlich mehr, wie jetzt ein Athlet mit nur 65, 70 Kilo Muskelmasse. Entsprechend muss dann die Dosierung angepasst werden. Solche Informationen zum Thema Inhaltsstoffe, zum Thema Funktionsweise, könnt ihr auf jeden Fall auch wieder wie immer in meiner Webseite nachlesen, die ich im Abspann nennen werde. Oder auch hier wieder bei einem persönlichen Beratungsgespräch vor Ort in meinem Ladengeschäft Haus & Fitness Store in Karlsruhe Donach. Kreatin ist wie Protein eines der meistverkauften Supplemente. Entsprechend dessen seht ihr auch einen Sinn dahinter. Jetzt wird das am meisten verkauft, was natürlich auch sehr viel Sinn macht. Beziehungsweise wo der User auch direkt verspürt, was sich da tut. Und das ist bei Kreatin definitiv der Fall. Wer Kreatin schon mal genutzt hat, der weiß, mit Kreatin bewege ich einfach größere Gewichte. Ich kann intensiver trainieren. Und das ist immer ein Schlüssel. Grundsätzlich immer ein Schlüssel für Muskelaufbau. Wieder natürlich nicht vergessen, die Nahrungsergänzung alleine ist sicherlich ein Fundament. Aber es fehlen zum Gebäude natürlich noch einige andere Grundpfeiler. Und der wichtige Grundpfeiler, den man nicht vergessen darf, ist die Ernährungsweise und die Trainingsweise. Auch in den Bereichen muss ich mich genauso intensiv beschäftigen damit, beziehungsweise auch informieren, wie im Bereich der Nahrungsergänzung. Ansonsten führt es dazu, dass die Nahrungsergänzung zwar da ist und auch einen gewissen Erfolg hat, aber den maximalen Erfolg bekomme ich so nicht. Und die Vorstellung der meisten, das kenne ich aus meinem Personal Trainingsbereich und aus meinem Coaching-Bereich steht, ist ein ganz anderer Bereich für das, was die meisten dann auch als Einsatz bringen. Nicht als Einsatz in Form von Training, nicht in Form von Trainingsvolumen, was pro Trainingseinheit Zeit anbetrifft und maximale Trainingseinheit pro Woche, sondern an Trainingsintensität, an Trainingsart und an Ernährungsverhalten. Das steht meistens im krassen Gegensatz zu dem, was an Vorstellung erwartet wird, was man jetzt tatsächlich mit so einer Nahrungsergänzung erreichen möchte. Also lasst euch definitiv im Bereich der Ernährung beraten. Am besten von jemand, der eine gute Ahnung hat, langjährige Erfahrung. Genauso im Trainingsbereich, entweder in eurem Fitnessstudio, wenn da ein kompetenter Ansprechpartner ist oder natürlich auch eben, wenn ihr jemanden kennt, der sich mit der Thematik schon lange beschäftigt, macht einfach mal mit dem einen Termin aus im Bereich Beratung und nehmt euch die Zeit, diese Basic-Sachen, die müssen da sein und dann habt ihr auch auf Dauer optimalen Erfolg mit Nahrungsergänzungen. Also wir haben heute über das Hightech-Kreatin der Firma PIC gesprochen. Perfektes Präparat, unbedingt mal ausprobieren. Natürlich in Verbindung mit der richtigen Trainingsplanung. Viel Spaß, viel Erfolg beim Aufbau der gesunden Muskulatur. Bis bald. Entweder bei mir persönlich bei einem Beratungsgespräch in meinem Ladengeschäft in Karlsruhe-Durlach oder wieder virtuell bei Clips, wie ihr möchtet. Bis dahin, alles Gute. Andreas Dienbacher, Herzen Fitness Store in Karlsruhe-Durlach.